Hallo und willkommen zum ersten Boss aus Ulduar, dem Flammenlibertan. In diesem Kampf tretet ihr mit drei verschiedenen Fahrzeugtypen an. Es ist also kein klassischer Bossfight, zählt aber dennoch zu den einfachsten Encountern im normalen Modus. Das Wichtigste ist hierbei zu wissen, welche Fahrzeuge was können und was ihr mit diesen zu tun habt. Es stehen euch insgesamt drei Typen zur Auswahl. Die Belagerungsmaschine. Hier gibt es zwei Sitzplätze. Als Fahrer habt ihr keine Fernkampfattacke. Hierbei ist es vor allem eure Aufgabe, den Boss mit Elektroschock zu unterbrechen. Des Weiteren könnt ihr mit Volldampf voraus den Turbogang anlegen und die Geschwindigkeit temporär deutlich erhöhen. Wenn ihr als Schütze Platz nehmt, ist es eure Aufgabe mittels Kanone abfeuern Schaden am Boss zu machen, sowie mit der Luftabwehrrakete die Pyrite Behälter abzufeuern, sodass diese auf den Boden fallen. Pyrite dient als Ressource für eine Fähigkeit für den Verwüster, dazu aber gleich mehr. Als dritte Fähigkeit habt ihr noch den Schildgenerator, mit dem ihr 5 Sekunden den eintreffenden Schaden reduzieren könnt. Dieser hat eine Minute Abklingzeit. Der Verwüster ist das Fahrzeug, mit dem ihr den meisten Schaden machen werdet. Auch hier gibt es zwei verschiedene Sitzplätze. Als Fahrer könnt ihr hier vor allem Brocken schleudern, was eure Standard-Schadensfähigkeit darstellt. Pyritefasswerfen ist der Skill, welcher am meisten Schaden verursacht und zudem auf dem Boss einen Schaden über Zeit-Effekt hinterlässt, welcher bis zu 10 Mal gestapelt werden kann. Dieser kostet allerdings Pyrite, welcher von den Schützen der Belagerungsmaschinen und der Verwüster runtergeschossen werden kann. Zuletzt könnt ihr mit Rammen Nahkampfschaden verursachen, sowie eurem Passagier auf den Boss schießen, wo wir auch gleich zum besagten Passagier kommen. Auch dieser kann mit der Luftabwehrrakete Pyritebehälter vom Himmel holen und diese zugleich mit seiner Fähigkeit Kiste greifen aufsammeln. Dadurch ermöglicht ihr es eurem Fahrer, die Pyritefässer zu werfen und somit enormen Schaden an den Boss anzurichten. Jeder Wurf kostet dem Fahrer 5 Pyrite. Jedes Fass bringt euch hingegen 25. Mit eurem Mörser könnt ihr als Schütze außerdem direkt Schaden am Boss verursachen. Das ist somit eure Hauptschadensfähigkeit. Ihr seid außerdem in der Fähigkeit, die Geschwindigkeit eures Fahrzeuges zu erhöhen und euch selbst in das Katapult zu laden. Durch letzteres kann euch der Fahrer auf dem Boss schleudern und ihr habt die Möglichkeit, seinen Geschützturm zu zerstören. Das geschafft, geht der Boss in einen Systemüberladungsmodus und erhält für einige Sekunden 50% mehr Schaden. Anschließend fallt ihr vom Boss und ein Chopperfahrer sollte euch aufsammeln und heilen. Als Chopperfahrer ist eure wichtigste Aufgabe, den Boss mit Tear zu verlangsamen. Diese lässt hinter euch eine schwarze Fläche entstehen, welche den Boss beim Durchqueren deutlich abbremst. Der Tear kann von den Verwüstern und den Belagerungsmaschinen entzündet werden. Dadurch macht er Schaden, wenn sich der Boss in diesem befindet. Mit der Überschallhupe macht ihr moderaten Schaden am Boss. Diese ist eure einzige Schadensfähigkeit. Der Chopper glänzt vor allem durch den Geschwindigkeitsschub, welcher euch extrem beschleunigt. Neben dem Verlangsamen des Bosses ist es eure Aufgabe, Spieler einzusammeln, welche auf den Boss geschossen wurden und zurück zu ihren Gefährten zu bringen. Ihr könnt diese zugleich mit Erste-Hilfe-Kit heilen. Wer steigt aber nun in welches Fahrzeug ein? Als erstes müsst ihr euch bewusst sein, dass der Schaden und das Leben der Fahrzeuge mit eurem Item-Level skalieren. Demnach bietet es sich an, Gegenstände anzulegen, welche ein hohes Item-Level aufweisen. Die Spieler mit dem geringsten Item-Level sind in der Theorie somit am besten in den Choppern aufgehoben, da diese am wenigsten Schaden machen. Die Spieler mit dem höchsten Item-Level fahren am besten die Verwüster. Passagiere des Verwüsters sollten zudem Fernkampf-Klassen sein, welche sich selbst heilen können, wie zum Beispiel Schattenpriester, Gleichgewichts-Droiden oder auch Elementarschamanen. Letztere profitieren vor allem von deren Kampfrausch. Besagte Klassen haben es am einfachsten, nachdem sie abgefeuert wurden, mit dem Geschützten fertig zu werden, da sie alle vier angreifen können. Sie müssen zudem nicht frühzeitig den Boss verlassen, wenn sie wenig Leben haben, da sie sich selbst heilen können. Alle anderen Spieler werden je nach Belieben auf die restlichen Fahrzeuge aufgeteilt. Solltet ihr, warum auch immer, die Position im Fahrzeug wechseln müssen, dann könnt ihr das via Rechtsklick auf das Fahrzeugsymbol in eurem Interface machen. Um den normalen Bosskampf zu starten, sprecht ihr mit Brand-Bronzebad. Der Flammen-Leviathan hat nur eine Phase. Seine Kernmechanik ist das Verfolgen. Wenn er sein Ziel erreicht, macht er enormen Schaden. Alle 30 Sekunden verfolgt er zufällig einen Verwüster bzw. eine Belagerungsmaschine. Diese bekommt einen Pfeil über den Kopf und sollte laut im Raid angesagt werden. Wenn ihr das ausgewählte Fahrzeug seid, dann zählt den Boss so gut es geht im Kreis. Chopper müssen spätestens jetzt schauen, dass sie den Flammen-Leviathan-Tea vor die Nase legen. Eine weitere Kernmechanik sind die Flammendüsen. Diese machen in einem Umkreis um den Boss enormen Schaden. Das sollte direkt von einer Belagerungsmaschine via Elektroschock unterbrochen werden. Des Weiteren schießt er noch via Geschosssalve zufällig Raketen auf den Raid und wird nach und nach immer schneller. Der Geschwindigkeitsboost wird allerdings nach einer Systemüberladung zurückgesetzt. Schießt am besten vor dem Pull so viele Pyrite-Fässer wie möglich vom Himmel. Dann müsst ihr das nicht während dem Kampf machen. Wenn euch der Bosskart gefällt, dann lasst uns doch gerne direkt einen Daumen, so wie ein Abo da. Vielen herzlichen Dank. Noch mal kurz zusammengefasst. Für Wüsterfahrer halten sich immer in der Nähe von den am Boden liegenden Pyrite-Fässern auf. Haltet unbedingt 10 Stacks von Pyrite-Fasswerfen auf dem Boss. Wenn ihr verfolgt werdet, solltet ihr alle 5 Sekunden den Dot erneuern. Das ist mit Abstand die stärkste Schadensfähigkeit im kompletten Bosskampf. Als Beifahrer sammelt ihr wann immer möglich das Pyrite vom Boden auf, schießt die Fässer vom Himmel und erhöht zudem bei einer Verfolgung die Geschwindigkeit. Nach Absprache setzt ihr euch, falls nötig, ins Katapult. Als Fahrer der Belagerungsmaschine seid ihr meist hinter dem Boss im Nahkampf. Unterbrecht sofort seine Flammendüsen. Als Beifahrer holt ihr ebenfalls das Pyrite vom Himmel und aktiviert bei Bedarf den Schildgenerator. Die Chopperfahrer können nicht vom Boss verfolgt werden. Haltet demnach immer, wenn möglich, teer in seiner Fahrbahn. Macht außerdem Schaden und holt Spieler ab, welche sich auf dem Boss um die Geschütztürme gekümmert haben. Heilt diese und bringt sie zurück zu ihren Fahrzeugen. Kennzeichnet die Fahrzeuge am besten mit Marks und diese schnell im Getümmel ausfindig zu machen. So könnt ihr im Voice ansagen, zu welchem Symbol ihr zurückgefahren werden müsst. Wenn man diese Sachen nur ansatzweise beachtet, liegt der Boss problemlos im Dreck. Den Hard-Mode aktiviert ihr beim Bewahrer der Lehren von Norgonon. Dieser steht ebenfalls am Anfang in der Nähe von Bran. Auf der Karte vor dem Boss befinden sich insgesamt vier Türme. Jeder Turm erhöht das Leben um 40%. Zudem gewährt jeder individuelle Stärkungszauber. Der Turm des Lebens verringert den erhaltenen Feuerschaden des Bosses und lässt Pflanzen-Ads aus den Ecken spawnen. Der Turm des Feuers erhöht seinen verursachten Schaden und lässt Feuermeteore vom Himmel regnen. Der Turm des Frosters lässt hingegen Eismeteore auf die Spieler nieder, welche diese einfrieren und Schaden verursachen. Der Turm des Sturms erhöht seinen physischen Schaden und lässt blitzartige Lichtstrahlen auf den Raid los, welche massiven Schaden verursachen. Die Grundmechanik ist so gesehen dieselbe. Allerdings macht er deutlich mehr Schaden, hält einiges mehr aus und ihr müsst extrem viel auf euer Movement achten, sodass ihr nicht von einem der neuen Fähigkeiten der Türme erwischt werdet. Schaut zudem, dass ihr den Boss so oft es geht in die Überladung bringt. Das passiert, wie vorhin erwähnt, wenn Spieler auf den Leviathan geschossen werden und diese die vier Geschütztürme zerstören. Im Hard-Mode sollten mehrere Spieler auf den Boss geschossen werden, sodass die Türme schneller fallen. Macht das sobald möglich und sprecht euch hierfür ab. Am besten eignen sich Fernkampfklassen mit einem starken Burstschaden. Als Verwüsterfahrer müssen konstant die 10 Stacks von eurem Pyrite-Fasswurf auf dem Boss sein und jede Flammendüse muss sofort von einer Belagerungsmaschine unterbrochen werden. Pflanzenerz aus den Ecken haben leider keine wirkliche kontrollierbare Agro. Zieht diese am besten im Brennen der Teerpfützen vom Chopper oder direkt zum Boss, um diese mit Flächenschaden mit umzubringen. Teilt eure Chopper auf die Ecken auf, sodass diese im Vorfeld Teerlegen können, welche nur noch entzündet werden müssen. Sprecht euch hier unbedingt ab. Solltet ihr von einer Eiskugel getroffen werden, dann könnt ihr von eurem oder einem anderen Schützen rausgeschossen werden. Beachtet, dass der Bosskampf mit dem Steigen eures Itemlevels deutlich einfacher wird.